In diesem Video geht es um die besten Cinch-Kabel. Der Qualitätssieger in unserem Cinch-Kabeltest geht an das CSL Stereo Cinch. PrimeWire HQ Platinum 2x Cinch zu 2x Cinch. Perfekter Sitz durch spezielle Steckerkonstruktion. Die zugeschnittene Steckerkonstruktion mit flexiblem Klemmsystem sorgt für einen optimalen Halt und eine verbesserte Leitfähigkeit. Die robusten Steckersegmente passen sich ideal der Buchse an und sorgen stets für einen festen Sitz. Das ist geeignet zum Anschluss an TV, Videorekorder, DVD, Camcorder und anderen Geräten mit Video-Ein- und Ausgang ideal für Home-Cinema-Anlagen sowie im Hi-Fi-Bereich von DVD-Player, Subwoofer, digitalen Satelliten-Receivern, Dolby Digital Receiver, DTS-Decoder, Minidisc und so weiter. Perfekt für Hi-Fi und Heimkino-Systeme. Heutzutage sind digitale Cinch-Audiokabel vor allem in Heimkino-Systemen weit verbreitet. Das hochwertige PrimeWire HQ Platinum 2x Cinch zu 2x Cinch Subwooferkabel ist in diesem komplexen Anwendungsbereich die passende Lösung. PrimeWire immer verbunden sein, mit CSL kein Problem. Mit PrimeWire haben Sie stets eine Lösung parat. PrimeWire steht für hochwertige Verbindungen zwischen Ihren Endgeräten. Egal, welche Verbindung oder Übertragung Sie anstreben, die PrimeWire-Produkte bieten jederzeit das beste Ergebnis für ein unschlagbares Preis-Leistungsverhältnis. Den besten Preis findest du direkt unten in der Videobeschreibung. Die Alternative ist das U-Green Cinch-Kabel. 24K vergoldete Verbinder sind rostfrei und ausdauernder beim Ein- und Ausstecken des Cinch-Kabel. Metallstecker bietet sicheren Halt und sorgt für die höhere Stabilität beim häufigen Ein- und Ausstecken. Die empfindlichen Leitungen sind von einem widerstandsfähigen PVC-Mantel umgeben, was Kabelbrüchen verhindert. Die doppelte Abschirmung von Cinch-Klinke-Kabel gewährleistet eine stabile und verlustfreie Übertragung, absolut keine Übertragungsdefizite. Die schlanke Anschlüsse passen perfekt zu Ihren Geräten und bieten eine stabile Audio-Übertragung. Abzweig zum Stecker von dem Cinch auf Klinke-Kabel hat eine Länge von nur 7,28 Inch. Der Rest des Kabels kann je nach tatsächlicher Situation aufgerollt werden. Der Preis-Leistung-Sieger in dem Cinch-Kabel-Test ist das Kabel-Direkt-Cinch. Erleben Sie Spitzenklang in Vollendung. Die Cinch-Kabel von Kabel-Direkt vereinen Höchstleistung mit maximaler Material- und Verarbeitungsqualität. Jedes Kabel durchläuft mehrfache Funktionstests, bevor es final verpackt wird. Zusätzlich werden 36 Monate Herstellergarantie gegeben. Dieses Cinch-Kabel mit doppelten RCA-Werbindern Stecker auf Stecker, 2 auf 2 überträgt Tonsignale in brillanter Qualität. Im Gegensatz zu anderen Koaxialkabeln überträgt dieses Kabel nicht nur analoge Signale, sondern auch digitale Audiodaten. Möglich macht dies der Wellenwiderstand-Impedanz von 75 Ohm. Die hochreinen Kupferleitungen sind durch einen PVC-Mantel bestens geschützt. Die doppelte Abschirmung aus Alumilafolie und einem dichten Aluminiumgeflecht schützt optimal vor Interferenzen. Falls dir das Video gefallen hat und du das passende Produkt gefunden hast, würden wir uns um einen Daumen hoch oder auch einem Kommentar freuen.